Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in Mission 7 und müssen jetzt mal schauen, wie das hier irgendwie vorwärts geht. Was bauen wir hier? Ein Lagerhaus optimal. Das bedeutet auch, wir werden hier gleich Ware runterliefern. Das bedeutet deswegen, baue ich hier mal ein paar mehr Wege ein. Denn das macht die Sache dann einfacher. Zack, zack, zack. So, bam und ja, keine Ahnung, zack, einfach irgendwelche Wege irgendwie, Hauptsache mehr Wege, denn mehr Wege sind mehr Wege, sind mehr Wege, würde so jetzt sagen. Aber das ist ja geklaut. Gut. So, und lassen wir das so, dann machen wir hier noch so, dann machen wir hier noch den. Einfach nur, damit wir eine Verstopfung der Haupttransportwege vermeiden können. Das sieht relativ cool aus hier. Okay, da könnten wir eigentlich hier noch einen Weg rüberziehen und dann hier noch einen Weg und hier noch keinen Weg und so weiter und so fort. So, in diesem Lagerhaus ist eine Goldmünze und was ist hier sonst noch drin? Nicht viel. Werden wir jetzt erstmal hier unten auf jeden Fall auslagern. Also hier dürfen einmal keine Goldmünzen rein, hier dürfen keine Soldaten rein. Gehen die jetzt raus? Ne, Moment. Machen wir es so, genau, optimal. Außerdem. Prinzipiell könnte ich die ja schon mal hier hoch liefern, ja. Das probieren wir auch aus. Wir probieren jetzt alle Goldmünzen da hoch zu kriegen. Außerdem liefern wir euch auch alle raus. Zack, optimal. Haben wir das hier auch gemacht. Jeder, der hier reinkommt, geht bitte auch wieder raus. So, wir müssen das auf jeden Fall alles ein bisschen nach oben verschieben, damit wir, wenn wir gleich auf den Gegner treffen, einfach kürzere Wege für unser Gold haben. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir müssen am besten zwei Wachtürme bauen, hoffen, dass wir ganz in Ruhe ganz schnell Generäle produzieren können in diesen Wachtürmen und dann schauen. Oh, fuck it. Das habe ich nicht gesehen. Hier ist ja schon ein... Oh, da ist der Gegner. Oh, fuck. Boah, ist das eng hier. Das ist scheiße. Okay. Ja, dann kommt das Lagerhaus da natürlich nicht hin. Das ist ganz klar. Fuck. Dann, ähm... Ausbauen. Zack. Dich bauen wir auch aus. Ja, richtig. Ähm... Dann bauen wir hier einen Wachturm hin. Der wird wahrscheinlich eh niemals fertig werden. Hm. Und das Blöde an der ganzen Sache ist, dass wir dann trotz allem hier nichts mehr hinbauen können, weil hier so scheiß Bäume im Weg sind. Die sind echt nervig. Wenn die weg wären, könnten wir hier nämlich noch eine Baracke hinbauen wahrscheinlich. Das ist ärgerlich. Hm. So. Bedeutet auch, hier unten dürfen Goldmünzen rein müssen. Steht da ein Wachturm. Ja, wir schicken hier mal ein paar Erkunder los. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt einen Katapult bauen, könnte es sein, dass sie ziemlich aggressiv werden. Ah, ich weiß nicht, ob es da eine direkte Verbindung gibt, aber ich glaube daran, dass es sie gibt. Und es ist einfach jedes Mal das Gleiche. Hm. Allerdings kann es sein, dass wir jetzt hier gleich wieder ein paar Wege abreißen, dass wir die Baracken zu Wachtürmen ausbauen können, damit die mehr Bauplatz haben. Oh, und hier oben ist auch nochmal Gold. Okay. Das ist interessant. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier könnte man noch einen Bauernhof hinsetzen. Naja, wir warten erstmal. Wir haben ja relativ viele Goldmünzen. Hm. Okay. Hm, da bauen die eine Baracke. Bedeutet. Wir müssen mal gucken, ob wir diese Baracke gleich frühzeitig angreifen können. Ähm, ich denke, das sollten wir schaffen, wenn hier vielleicht ein General drin ist. Ähm. Wir können auf jeden Fall Soldaten rein. So viel, so viel sollte dann doch da sein, vorhanden sein. Die Goldmünzen sind die alle hier oben angekommen. Noch nicht, aber sie werden noch geliefert. Und es sieht nicht danach aus, als ob die Wege verstopft sind. Das ist doch optimal. Die Soldaten kommen auch alle hier oben an. Dann ist doch eigentlich erstmal alles ganz gut. Ähm. Die Baracke. Wir müssen jetzt hier einen Trupp losschicken. Führt kein Weg dran vorbei. Die Baracke darf nicht fertig werden, diese hier. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, die... Ja, scheiße. Ah, ich befürchte, dass das nicht reicht. Von der Stärke her. Ah, die Baracke ist schon fertig. Das müsste jetzt relativ schnell gehen, okay. Wenn er jetzt gewinnt, ist es... Ah, er verliert. Das kostet zu viel Zeit. Ja. Fuck. Ah, Mann. Das... Wenn mein verfickter Unteroffizier... Unteroffizier... Ne, doch, das war ein Unteroffizier. Wenn der Scheißer gewonnen hätte, dann hätte es geklappt. Weil jetzt haben wir nämlich die Baracke. Die haben hier auch nur Baracken stehen. Die haben tatsächlich nur Baracken hier stehen. Ich reiße die aber mal ab und greife dann gleich hier nochmal an. Ah, sauber. Wir können hier einen Wachtturm rausmachen. Das ist optimal. Jetzt können wir allerdings auch den Holzfäller wieder abreißen. Den brauchen wir jetzt bei aller Liebe nicht. Außerdem... Die haben hier nur Baracken stehen. Das ist komisch. Ich sehe allerdings auch nicht, welcher Gegner die Goldmünzen hat. Weil die beide rot sind. Oh, jetzt haben wir sogar beide Goldmünzen. Aber ich bin da ziemlich weit vorne. Sprich... Ja gut, das heißt nicht viel. Wenn die es auch nicht unbedingt zu sehr verteilen, dann könnten die trotz allem immer noch Generäle irgendwo stehen haben. Und dann wird es schwierig. Okay. Egal. Wir müssen jetzt warten. Wir müssen jetzt erstmal warten. Wir müssen warten. Hier ausbauen. Hallo. Mach mal. Mach mal hin. Mensch. Was ist eigentlich mit dir? Ja, wir haben hier oben Stein. Aber wir haben hier oben... Einfach auch... Na. Wir bauen hier mal noch ein Sägewerk hin. Und hier oben... Und hier bauen wir einen Förster hin. Und einen Holzfäller. Zack. Ich hoffe, der Förster pflanzt dann hier nicht den Bauernhof zu, sonst... Ah, rastig aus. Wo sind die nächsten Goldmünzen? Warum dauert das so lange? Wo ist die nächste Goldmünze? Ah, wir müssen mal hier kurz was umstellen. Und zwar... Wo war das nochmal? Die Goldmünzen sind... Sind schon ganz oben. Wo ist sie denn? Warum wird es dir nicht voll beliefert? Hallo. Leute, wir brauchen da oben eine Goldmünze. Oh, da kommt ein Offizier. Optimal. Geht der jetzt hier rein? Ne, das will ich dann nicht. Dann lade ich die wieder aus. Ah, das soll er nicht. Ah. Und ich hab... Ja, nee. Jetzt bauen die da eine Holzfällerhütte. Okay. Es ist dumm, dass die Baracken hier stehen haben. Das ist voll... Boah, wir müssen nach da oben, Alter. Guckt euch mal an, wie weit das ist. Und dann haben die hier überall Baracken stehen. Das ist ja voll nervig. Was ist eigentlich mit Goldmünzen? Warum kommt hier keine Goldmünze mehr runter? Da ist sie. Ja, es wird aber auch mal Zeit. Da ist die zweite. Das geht doch. Meine Güte. Es muss doch nicht sein, dass es so lange dauert, oder? Ah. Die Frage ist, ob wir hier eventuell ein Katapult... Ja, nee. Die Frage ist, ob sich ein Katapult lohnen würde. Aber ich glaube eher nicht. Nee, nicht unbedingt. Wir müssen auf jeden Fall die Sachen ausbauen dann später. Oder neue Sachen hinbauen. Das ist auch alles ein bisschen blöd. Nur mit Baracken kommen wir dann nicht gut durchs Land durch. So, noch ein paar Goldmünzen auf dem Weg. Jo, da. Damit haben wir dann gleich auf jeden Fall schon mal drei Generäle. Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Warum steht hier eine Baracke, die noch nicht... Boah, was habe ich denn hier gemacht? Ich weiß es nicht. Die kann ich auf jeden Fall abreißen. Wir brauchen keine Werft. Das so steht fest. Warum bauen die jetzt einen Bauernhof dahin? Die wissen doch, dass sie gleich tot sind. Kein Respekt hier. Kein Respekt. So. Wir könnten hier hinten angreifen. Das könnten wir machen, um einfach hier noch einen Punkt zu... Ja. Machen wir auch einfach mal. Mit zwei Generälen hoffentlich. General, General, optimal. General, General, optimal. So. Hier können sich noch ein paar Generäle ausbilden. Zack. Sehr schön. Oh, jetzt bauen sie das aus, das Gebäude. Naja, das hilft ihnen jetzt auch nicht mehr viel. Kohlebergwerk. Jetzt wird hier auf jeden Fall ihre Produktion ein bisschen beschädigt. Das ist auch gut. Frage ist, wahrscheinlich kriegen wir keine Verbindung zu unseren Grenzen. Oh, er wurde einmal getroffen. Er wurde keinmal getroffen. Jetzt wurde er einmal getroffen. Optimal. Ne. Keine Verbindung. Jetzt müssen wir gucken, ob hier nicht irgendwo ein Katapult steht. Zumindest steht nirgendwo ein Katapult, was sichtbar ist. Da ist eine Wachstube, eine Baracke. Da ist nur einer drin. Die Wachstube hätte ich gern. Ja, mach das mal, das schaffst du schon. Ich meine, das ist ein General. Ja. Gut, dann müssen wir diese Baracke jetzt auch uns aneignen, sag ich mal. Um das ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Diese Baracke, was machen wir damit? Das ist die große Frage. Wir werden es einfach ausbauen, denke ich. Bleibt uns kein Weg, äh, bleibt uns nichts anderes übrig. Oh, ob der das, ich glaube, das schafft der doch nicht. Ah. Wobei, er hat. Greifen die mich an? Ja. Das sollte der General aber auch schaffen. Oh, der hat sogar Hilfe bekommen. Von wo auch immer. Ja. Ah, ja gut, der General stirbt doch. Äh, der General stirbt doch, weil die hier immer wieder nachliefern. Schade. Hm, ja, das schafft er nicht. Da, seht ihr, geht wieder einer rein. Zack. Ah, das ist ärgerlich. Damit haben wir jetzt ein General verschwendet. Aha. Aber dafür haben wir auf jeden Fall auch einige von ihnen getötet. Das ist auch was Gutes. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt könnten wir den natürlich ausbauen. Naja, wir können sie auch nicht abreißen, ist das Problem. Weil das viel zu lange dauern würde. Äh, beziehungsweise weil dann ja das Gebiet weg wäre. Wir müssen es jetzt echt einfach ausbauen. Hallo, kannst du mich mal in Ruhe lassen in der Baracke? Okay, das sind jetzt, äh, ziemlich viele Angriffe, Angreifer. Ähm, das könnt ihr aber doch auch noch schaffen. Ach, das ist jetzt die Frage, was mache ich, oder? Reiße ich es doch ab und... Ja, wobei, da kommt jetzt ein Offizier zur Hilfe. Der Wachtturm ist dann auch nicht mehr so präsent. Da können wir dann erstmal die Goldmünzen-Suche ausmachen und die Generäle ausliefern. Damit die dann hier runter können. Dann sollten wir aber auf jeden Fall jetzt doch hier das Lagerhaus bauen. Ich hätte das vielleicht nicht abbrechen sollen. Hm, das ist relativ wichtig. Außerdem bauen wir uns dann hier eine kleine... Ja, kein Brunnen. Bauen wir uns hier noch eine kleine Holzproduktion hin. In der Hoffnung, dass ich dafür noch genug Werkzeuge habe. Sonst reiße ich einfach irgendwo was ab. Das wäre dann auch egal. Ähm, hier ein Förster hin. Hier noch ein Förster hin. Hier ein Holzfäller hin. Und hier noch ein Holzfäller hin. Und von mir aus noch ein Sägewerk. Ja doch. Das machen wir jetzt einfach mal so. Können die hier schön alles zupflanzen. Ähm, wie sie wollen. Ach du Scheiße, hier steppt der Bär. General, aber die sind alle noch voller Energie. Das ist doch auch ganz gut. Sollen sie sich ruhig aufreiben. Das ist mir egal. Solange von denen ganz viele sterben, ist es für mich nur gut. Also, da können wir uns auch mal vielleicht die militärische Stärke angucken. Das steht... Ja genau, militärische Stärke. Da sind wir oben, ja. Ne, oh, da sind wir ein bisschen runtergegangen. Ich weiß nicht genau warum. Haben wir... Ja, wir haben einen General verloren. Ist das so viel? Da sind wir sogar die schlechtesten, ne? Hm, komisch. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu viel aussagt. Weiß ich gerade nicht. Haben wir die Baracke verloren? Ne, wie haben sie das denn gemacht? Ah, fuck. Ja, wobei... Ja, ist eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht. Bauen wir jetzt hier einen Wachturm. Bauen wir das aus. Dann können wir hier hinten den Wachturm voll einnehmen. Mit kompletten Generälen. Und dann können wir uns hier durchkämpfen. Das ist doch auch mal ein ganz guter Plan. Außerdem könnten wir... Hier mal einen Katapult bauen. Warum eigentlich nicht? Komm. Tu es. Ja, die greifen mir jetzt natürlich weiter an. Ich gehe jetzt einfach mal nur davon aus... Ah, vielleicht sollte ich hier doch wieder... Oh, fuck, ey. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die es nicht schaffen, das einzunehmen. So. Ach, kacke. Das ist tatsächlich nicht mehr ganz so einfach. Ich hoffe, dass hier unten schlägt alles gut an. Mit der Holzproduktion. Ähm, Steine stehen hier nicht irgendwo rum, oder? Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein Granitbergwerk. Äh, eine Möglichkeit für ein Granitbergwerk. Ich kann ja mal Geologen aussenden. Vielleicht wäre das gar nicht so dumm, wenn wir uns hier auch noch eine Münzprägerei hinstellen. Die Münzprägereien, die arbeiten aber... Oder die Münzprägerei arbeitet aber auch noch auf... Ja, optimal. Oh, fuck. Okay, es ist sogar wichtig, dass wir da hinten noch Gold gefunden haben, denn hier die Produktion, die ist leer. Ja, es gibt kein Gold mehr. Oh, fuck. Das ist natürlich sehr gut. Das ist wichtig hier oben. Dann werden wir hier auch auf jeden Fall noch eine Münzprägerei hinstellen. Die Frage ist nur, wo. Ich würde es lieber ein bisschen weiter hier... Ja, das ist vielleicht doch schon wieder ein bisschen zu weit weg. Wenn wir den Weg abreißen... Wenn wir den Weg abreißen... Ja, optimal. Münzprägerei. Dann haben wir hier noch den Weg hoch. Zack. Ja, genau. Optimalst. Genau so wollen wir das. Dann bauen wir hier noch ein Kohlewerk hin. Und das Eisen. Leider kein Granit. Wahrscheinlich ist hier Granit. Müssen wir mal warten. So, was machen die? Die bauen ihre... ihre... Militärgebäude bauen sie nicht aus. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Sie greifen nicht wirklich zwingend an. Meine Generäle sind auch top in Form. Optimal. Hier sind auch zwei Generäle zur Verteidigung. So kann man das Ganze leben, denke ich. Größe der Region. Bin ich nicht der allergrößte. Da habe ich wieder ein bisschen was verloren. Ist in Ordnung eigentlich. Ich bin im Moment relativ zufrieden. Besiegte Soldaten. Ja, das ist in Ordnung. Ah ja. Anzahl der Gebäude bin ich sehr weit hinten. Das ist bei mir aber immer so. Ich bin da eher so... Oh, das gefällt mir, ey. Voll der Marktplatz. Okay. Ich werde nicht angegriffen. Mein Wachtturm wird gebaut. Hier wird ausgebaut. Das ist alles im Gange. Das ist alles optimal. Hier ist leider kein Granit. So wie ich das sehe. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber das Lagerhaus steht. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen... Wir könnten sagen, da nicht mehr einlagern. Da nicht mehr einlagern. Wir könnten sagen, das nicht mehr einlagern und da nicht mehr einlagern. Und wir könnten sagen, das nicht mehr einlagern und das nicht mehr einlagern. Jetzt habe ich nur Angst, dass es da deswegen Stau gibt. Aber ich denke einfach mal nichts Schlimmes. Oh, guck mal hier. Das ist aber interessant. Ja, mega cool. Hier passt du eigentlich perfekt nach dem Bauernhof hin. Ja, es ist ja richtig perfekt. Das Forsthaus. Warum stehst du hier? Ich weiß es nicht so genau. Hier sind irgendwie... Ich könnte dich eigentlich... Ja, wobei... Ne, komm. Lassen wir das. Scheiß drauf. Gebäude errichtet. Wachtturm. Optimal. Der muss sich dann... Dichtbaum wir auch nochmal aus. Das klappt sogar. Wunderschön. Ich bin zufrieden. Ja. Ich bin ziemlich zufrieden. So. Die Soldaten von hier oben. Waren die hier? Ja. Die lagern wir aus. Eins weiter. Und die Goldmünzen. Die lagern wir auch aus. Eins weiter. Ich hoffe, da gibt es keinen Stau. Aber viel mehr als die Goldmünzen. Kommt jetzt hier eh nicht runter. Weil hier nur noch das Katapult. Und... Okay, das wird ausgebaut. Aber ich denke, das ist nicht so viel. Das sollte an für sich reichen. Dass das alles in Ruhe da hochgeliefert wird. Ja. Wir werden wieder angegriffen. Mal gucken mit... Wow. Fuck it. Aber der Wachtturm ist schon... Ist das der? Ne, das ist der. Okay. Ne, aber ich meine... Guckt euch das an. Da hat selbst er Gefreit überlebt. Ja, er muss natürlich sterben. Aber wir haben ja auch genug generell, um das Ganze zu verteidigen. Das ist alles gar kein Problem. Wenn hier unten erstmal die Goldmünzen ankommen und ich hier... Dann sollte das relativ problemlos hier möglich sein, irgendwie durchzukommen. Dann können wir erstmal die Baracke einnehmen und die Wachstube. Und dann können wir das abreißen. Und dann nehmen wir uns den Wachtturm vor. Und vom Wachtturm gehen wir dann da hoch. Wahrscheinlich werden wir hier irgendwo auf den nächsten Gegner treffen. Oder es könnte auch sein... Ne, hier ist ja... Ich hab grad überlegt, nicht dass ich hinterher einen Zwei-Fronten-Krieg habe. Aber ich denke nicht. Es könnte aber in der nächsten Mission noch passieren. Ja, mein Katapult ist fertig. Deswegen kommen mir grad die Mega-Aggressionen an. Aber gut. Das sollten wir alles in allem schaffen. Ich hoffe es doch. Oh, 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 oh. Wunderbar. Komm, Obergefreiter. Du bist ein Obergefreiter. Du musst gewäh... Oh, das ist auch ein... Ah, guckt mal hier. Endlich sehen wir mal einen Gegner, der auch mit Goldmünzen abgedatet wurde. Er hat eine Rüstung an, zumindest eine silberne. Das ist auf jeden Fall ein etwas stärkerer. Deswegen hab ich hier auch wieder was verloren. Wobei, hier ist Vollbesetzung. Auf jeden Fall ist einer gestorben. Dann ist er wahrscheinlich schon wieder nachgerückt. Ja, aber da drinnen sind jetzt auch so langsam die, ähm, Generäle. Sehr schön. Eigentlich optimal. Sind hier schon Steine angekommen? Nee. Na gut, das ist ein Scheißweg. Seien wir mal ganz ehrlich. Und so, hier oben sind schon, haben wir wieder auf jeden Fall Bretter. Und dann müsste hier auch mal so langsam ein bisschen Stein runterkommen. Ah, okay. Das sieht schon ein bisschen voll aus. Oh, fuck it. Warum bringen die die... Nein, 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 nein. Moment. Warum bringt ihr da... Wo bringt ihr diese Holzstämme hin? Ich will nicht, dass ihr... Wow, Alter, was ist denn mit deren Angriffen hier? Okay, das war ein schwacher Angriff. Wir müssen natürlich aufpassen, dass hier jetzt auch nichts anbrennt. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, wenn hier gleich irgendwas anbrennt und wir verlieren da was, dann ist natürlich, äh, haben wir ein Problem. Ja, und hier haben wir auch ein Problem. Ich weiß nicht so genau, wo die die Holzstämme hinpacken wollen. Ich weiß nicht so genau, was die damit wollen. Ah, ja, ihr seht, das ist so eine Sache, wo halt ein Stau entsteht. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier in die andere Richtung geliefert wird. Ich, äh, hoffe einfach mal, dass es hier trotzdem noch, ähm... Ich baue hier einfach jetzt mal noch weiter Wege. Werde ich schon wieder angegriffen. Ähm, so. Gut, nee, so auf den ersten Blick sieht es dann doch gar nicht ganz so schlimm aus. Hier ist halt ein Knotenpunkt. Deswegen verlangsamt sich das hier alles so ein bisschen, aber ich denke, das sollte... Das sieht so aus, als wenn das, äh, trotz allem irgendwie noch funktioniert, ja. Ja, die kämpfen hier jetzt natürlich richtig stark. Wollen das Katapult irgendwie verhindern. Ihr seht schon, hier ist auf jeden Fall das Schlachtfeld. Ziemlich viele Skelette liegen hier rum. Aber ich bleibe dabei, ähm, das sieht eher danach aus, als ob ich hier die Überhand habe. Und damit kann ich sehr gut leben. So, wollen wir jetzt mal hier die Baracke stürmen. Zack. Mal ein paar Gegenangriffe setzen. Die bauen nämlich gerade ihr Militärgebäude aus und das, äh, wollen wir ja nicht unbedingt zulassen. Ich meine, wenn da noch eine Baracke steht... Jetzt ist es zwar fertig, aber hier sind immerhin nur zwei Leute drin. Naja. Jetzt kommt natürlich einer nachgerückt wahrscheinlich, wenn da schnell genug ist. Ähm, trotz allem, ja, sollten wir haben. Das ist, denke ich mal, kein Problem. Das hier unten auch. Damit sind wir dann auf jeden Fall wieder eine Linie weiter vorne. Zack. Jetzt machen wir hier mal kurz ein bisschen langsamer. Oh, und haben die schon keine Soldaten mehr? Im Wachtturm ist nur ein einziger. So. Wunderbar. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Da kommen noch Nachzügler. Aber schaut jetzt nicht so aus, als ob die hier noch die große Militärmacht haben. Wenn wir uns das Ganze mal statistisch ansehen, dann ist die militärische Stärke bei denen, ja, ziemlich stark gesunken. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen genauer sehen. Oh, guckt euch das mal an. Warum ist denn meine gestiegen? Weil ich jetzt mehr Generäle habe? Das könnte sein. So. Ähm, was machen wir jetzt mit dir? Du kannst raus und ich glaube, dich reißen wir ab. Nach da unten brauchen wir nicht. Wir müssen da hoch. So. Ähm, ja, hier bilden wir erstmal weiter aus. Hier können wir dann doch wieder zumachen. Ähm, ausräumen wollte ich jetzt erstmal gar nicht, aber es ist jetzt auch egal. Bewegt sich hier oben noch was? Nicht mehr viel. Es sind halt echt diese Baumstämme, die hier irgendwie nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier jetzt auch genug Holz eigentlich drin. Ich reiß den Holzfäller mal wieder ab. Und das Forsthaus zwölfens 1. Ähm, einfach nur, damit ich hier keine Baumstämme mehr hinbringen muss, irgendwie. Dich können wir dann auch erstmal flach legen. Du machst gar nichts mehr, weil du kein Gold hast. Du bist wahrscheinlich nicht leer, aber du hast, ähm, ja. Ist wahrscheinlich kein, äh, Essen, was da gerade im Moment ankommt, weil einfach da der Produkt, äh, der Weg einfach zu voll geladen ist im Moment. Das ist immer das Problem, aber irgendwie muss man die Sachen ja da hochliefern. Ich mein, er bringt ja nichts. Nein, nein, doch genau. Goldmünzen wollte ich ausmachen. Hier auf jeden Fall auch. Hier können wir das auch erstmal ausmachen. So. Generelle im Überfluss. Da ist das Hauptquartier. Das will ich eigentlich gar nicht unbedingt, äh, angreifen. Ich will eigentlich nur da hoch. Der Part ist aber jetzt auch schon so langsam zu Ende. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Part. Frage ist, ob wir es in diesem nächsten Part dann schaffen, da hoch, da oben anzukommen. Frage ist, ob es hier überhaupt richtig hergeht. Hier ist keine Küste, oder? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier zum Portal komme. Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es einfach mal. Puh, das wäre echt ärgerlich. Aber ich denke, den Angriff, den starten wir noch. Ja, ich denke schon. Den Angriff gucken wir uns noch an. Den Wachtturm brauche ich noch. Dann stehen wir vor dem Hauptquartier des Feindes. Wollen das aber gar nicht einnehmen. Gucken da mal, wie wir uns daran vorbeischleichen können. Ja, da kommt auch nicht mehr viel Gegenwehr. Der Feind, der ist hier tatsächlich ausgerungen. Oh, das ist aber ein Katapult. Ah, fuck. Und das schießt. Ach du Scheiße. Gebäude raue. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. Bitte treff nicht, bitte treff nicht. Oh, es hat nicht getroffen. Oh, fuck. Da noch einer drauf, damit ich auch direkt den nächsten Wachtturm angreifen kann. Und du verpiss dich auch hier raus. Okay, das machen wir jetzt noch eben. Das ist zu gefährlich. Das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Ist hier unten eigentlich auch... Hier ist kein Katapult. Ja, wir können es einfach nicht riskieren, dass wir in general durch einen einfachen Katapultschuss verlieren. Das wäre einfach zu viel Aufwand für einen zu einfachen Tod. Oh, das ist so eine Sache, die sollte man immer ein bisschen versuchen zu minimieren. Das ist nicht gut. So, das haben wir. Dann greifen wir da... Warum können wir da mit so vielen angreifen? Wow, von da ganz hinten kommen welche. Allerdings sind das jetzt gar keine Generäle. Jetzt müssen wir aufpassen, ob das Katapult nochmal schießt. Nein. Steht hier noch ein Katapult irgendwo? Nein. Okay. Haben wir einen Weg? Nein. Ah, aber knapp. Knapp, dass da kein Weg ist. Vielleicht wird da einer entstehen, wenn wir die Wachstube hier unten uns holen. Ähm. Ja, jetzt haben wir hier nicht mehr so richtig starke Einheiten. Das ist schade. Aber egal. Den Weg können wir uns dann im nächsten Part zusammenbauen. Indem wir uns einfach hier unten noch ein bisschen was einnehmen. Dann können wir hier nochmal die Generäle hinliefern lassen. Und dann können wir hier auch nochmal weiter. Wobei ich ja jetzt schon ganz gerne hier nochmal gucken würde, was da noch so kommt. Ein General. Zwei Generäle haben wir auf jeden Fall noch. Damit kommt man ja noch ein bisschen was. Wobei das ist auch wieder kein Gefreiter. Das ist auch wieder irgendwas stärkeres. Allerdings Silber. Silber ist wahrscheinlich ein Unteroffizier oder so. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. So, wie sieht das hier aus? Kein Katapult. Ey, können wir hier oben echt nicht lang? Doch hier. Ja. Wahrscheinlich müssen wir so rum. Sprich, wir müssten nach da. Wenn die jetzt hier noch irgendwo ein Gebäude stehen haben, womit die angreifen können, wäre das jetzt natürlich ziemlich gefährlich, wenn wir hier einfach nur einen Gefreiten drin lassen. Aber ist mir jetzt erstmal egal. So. Ja gut, 33 Minuten. Ich lache ja sowieso immer. Also Siedler 2, das regel ich ganz nach meinem eigenen vollkommenen Glüsten. Ja. Das ist ein Let's Play für mich und meinem Herz. Und alle, die das gucken und die das auch ganz gucken, über die freue ich mich natürlich. Aber da ist mir jetzt die Länge auch nicht ganz so wichtig. Ja, ich denke, wir müssen hier oben die Kurve machen irgendwie. Ähm. Ja, wir schneiden uns so eine Schneise durch das Gegenteil. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt dafür. Ist das jetzt der andere Gegner? Weil hier sind wieder drei. Das sieht wieder nach einem vollbesetzten Machtturm aus. Ich weiß es nicht. An dieser Stelle machen wir eine Pause. An dieser Stelle werde ich dann abspeichern. Und an dieser Stelle werden wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss und ciao, euer Kornel. Tschüss.